Hallihallo Hallöchen und Herzlich Willkommen zu diesem wirklich sehr 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 kurzen Video. Ja da einige mal fragen wie kann ich dem und dem Server joinen. Möchte ich das für heute Abend schon mal ein bisschen gerierter haben für die die jetzt noch nicht wissen wie es geht. Also eigentlich schaut man ja über das Mehrspieler Menü. Nur manchmal werden die Server nicht angezeigt weil warum auch immer es ist halt Gerys Mod. Aber was auf jeden Fall klappt wenn ihr F10 drückt auf eurer Tastatur das findet ihr ganz oben. Sagen bitte ich ja halt über den Entfernen Button neben F9 und F11 logischerweise ist es in der Mitte F10. Und dann gibt ihr da da Connect ein also das englische Wort für beitreten. Also für der Computer und so weiter und so fort. Und dann gibt ihr die IP-Adresse ein und dann joinet ihr automatisch dem Server. Das werde ich im folgenden Video auch noch da zeigen. Ich denke das ist soweit angekommen. Falls mehr Fragen sind sollten stellt in den Kommentaren. Alles was ihr drücken müsst ist F10. Ihr müsst Connect und die IP-Adresse eingeben. Die IP-Adresse ist von dem Server die Adresse mit der ihr das erreichen könnt. Alles klar. Dann sehen wir uns hoffentlich heute Abend im Stream bei Attack of Clones. bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020